Ich trinke mit dir, du trinkst mit mir, was kann schöner sein. Ich lebe an Wein und Frau und Schock, du bist von rein oder von rein. Mein Herz ist eine Karacke, da passt ne Menge an. Du bist so sehr schön, ich freu dich an, du bist nur eine Rade und Herde der Natur. Mit Freude und Gesundheit, ihr und ich sage zu dir, was sagst du denn? Trink mit mir ein bisschen Wein und sage mir. Ja, dann schenk uns nochmal ein und ich sag dir. Ein bisschen Wein, da 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 da, darfst du noch sein. Da 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 da, ich trink mit dir, du trinkst mit mir, was kann schöner sein. Du kannst ein alter Sein, groß, weiß oder rosé, der weiße Pascal tut zu dich. Doch wenn du ein roter bist, kommst du nicht an den Tisch. Ich hab dich wirklich gern, trink ich noch mal zu viel, mit dir fühl ich mich nicht allein. Doch wie sagt schon der alte Sprung, kann diese Sünde sein. Nein! Trink mit mir ein bisschen Wein und sage mir. Ja, dann schenk uns nochmal ein und ich sag dir. Ein bisschen Wein, da 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 da, darfst du noch sein. Da 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 da, ich trink mit dir, du trinkst mit mir, was kann schöner sein. Ich hole dich aus dem Keller, sind wir auch nur mal zwei. So, dann hab ich bereit, ein Korkenzieher dabei. Jetzt ein bisschen Wein, da 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 da. Und sage mir, ja, dann schenk uns auch mal ein und ich sag dir. Achtung! Ein bisschen Wein, da 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 da, darfst du noch sein. Da 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 da, ich trink mit dir, du trinkst mit mir, was kann schöner sein. Das sind die fünf Jahrzeiten. Ich habe keine Fasche in der Saison. Das ist Heides Rink. Freyam Wolf-Lärmisch. Johannes Jungen. Ganz und euer Spaschen, ich bin Christian Vorsitz. Ohne Fremd, ohne Kaiser. Jungs, jetzt mal an. Oh, ja, natürlich. Ohne Küsschen. Ja, jetzt war's abgesprungen. Wir haben ja Zeit mehr heute. Ich mach die Nummer ja nur wegen dem Küsschen. Ja, nein, nein. Komm zur Annelie, die gibt ja auch den Küsschen. Heißer vom Peterhahn. Ja, ich darf eben mit die Kerle, das sind die fünf bekerrigsten Junggesellen von Biele, wobei die Damen, wenn ich's vereinen muss, eine ist schon trotzdem. Mal schon mal die so, das ist ja gar nicht mal, aber... Die anderen vier sind noch zu haben, weil ich... bald ist... so, ich so, ne. Kommen Sie, kaufen Sie. Okay.